Also, er fährt schon noch recht zügig, macht schon noch Spaß. Mein Name ist Andreas Kramer, ich bin der Inhaber von Emilia Auto Hameln und beschäftige mich hier mit klassischen europäischen Fahrzeugen. Gerne auch ein bisschen sportlich angeaucht. Ein Porsche 993 Cabrio, heute ist ja super Wetter, da können wir schnell offen fahren. Das ist ein Baujahr 95, der hat 272 PS. In der Spitze ist er eingetragen mit 265 kmh. Und der Motor ist ein Sechszylinder luftgekühlter Boxer-Motor mit 3600 Kubikzentimeter. Ja, das sind so die grundsätzlichen Fakten zu diesem Fahrzeug. Also, ich sag mal, ich bin jetzt privat noch nicht dauerhaft ein Porsche gefahren. Ich habe aber die Erfahrung einfach aus der Zeit mit dem Jaguar jetzt schon. Da gibt es eigentlich immer Daumen bei so alten Autos, Daumen hoch und Begeisterung. Da gibt es sicherlich kein Neid in irgendeiner Form. Und das kenne ich auch von ganz vielen Menschen, die Oldtimer fahren. Ich hatte Freunde, die hatten genau so ein Modell. Die haben mir eigentlich das Gleiche berichtet. Da kann ich es jetzt persönlich nicht bestätigen. Aber das ist einfach anerkannt. Auch dieses ist einfach ein Sympathieauto oder auch ein Traumauto von vielen Menschen aus der Kindheit. Und das macht mir schon sehr viel Spaß, mich mit diesen Fahrzeugen zu beschäftigen und vor allem sie auch mal zu fahren bei Schwemmwetter. Bis zum nächsten Mal.